Hi, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Lara, ich bin 17 Jahre alt und verbringe gerade zehn Monate mit Kulturwecke Deutschland hier in Kalifornien. Und in diesem Vlog nehme ich euch mal mit zu einem Wochenendtrip, den ich mache, zusammen mit meiner Local Coordinatorin ihrer Familie und ein paar anderen Austauschülerinnen und Austauschülern fahren wir über das lange Wochenende weg, campen. Und genau, da nehme ich euch einfach mal ein bisschen mehr mit. Viel Spaß. Okay, das sind jetzt die Sachen, die ich mitnehme. Also einfach nur ein kleiner Koffer, mein Rucksack. Und ich habe noch einen Rucksack von meiner Gastfamilie bekommen, damit ich nicht mal einen Riesenkoffer mitnehmen muss. Und jetzt ist meine Doppelkoordinatorin auch schon gleich da. So, wir sind jetzt hier gerade noch bei einem Auswärts-Football-Game, wo ein Freund von mir, der auch Austauschschüler ist, spielt. Und der ist auch der Sohn quasi von meiner Local Coordinatorin. Deshalb sind wir jetzt alle hier. Also die ganze Familie von ihm und hier ist hier. Und einige andere Austauschschüler. Also ich glaube, wir sind sechs Austauschschüler insgesamt. Und wir gucken jetzt zusammen noch das Spiel an. Aktuell führen wir. Mal gucken, wie es so ausgeht. Ich glaube, das ist das letzte Spiel der Saison für uns. Und die Schule hier, die ist ungefähr eine Stunde entfernt von unserer Schule. Das heißt, wir sind so eine Stunde schon zusammen mit einem Auto einfach hergefahren. Haben alle eingesammelt. Hat eine Weile gedauert. Und danach fahren wir weiter zum Campingplatz. Der ist ja aber ganz in der Nähe. Okay, es ist schon after Mitternacht. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz eingekommen. Unser Zelt ist schon aufgebaut, dass wohl alle Mädchen schon schlafen. Und jetzt bauen wir gerade das junges Zelt noch auf. Hat erstaunlich gut funktioniert. Ganz ohne Anleitung. So, wir haben gestern Abend ja noch im Dunkeln so um Mitternacht die Zelthalle aufgebaut. Hat auf jeden Fall gut funktioniert. Und haben auch ganz gut geschlafen da drin. Bis dann halt die Sonne aufgegangen ist. So gegen sieben, acht sind wir alle aufgestanden. Haben im Trailer ein bisschen was gefrühstückt. Und draußen auch ein bisschen einfach Muffins gegessen. Und jetzt haben wir alle geduscht, uns angezogen, fertig gemacht. Die Jungs spielen gerade noch ein bisschen Football. Ich meine, wir alle werfen einfach mit Football ein bisschen hin und her. Und jetzt machen wir uns gleich auf den Weg zu einer Pumpkin Farm. Zum Pumpkin Pätscher, ganz ohne Annias. Genau. Das war's für heute. Musik So, also jetzt gerade hatten wir Mittagessen Ich habe einfach Pumpkin Pie gegessen und hatte hier einen Orangensmoothie Das war auf jeden Fall sehr lecker und musste auf jeden Fall auch hier her Die anderen hatten eher so typisch amerikanische Hot Dogs oder auch Tacos, glaube ich Die gibt es ja eigentlich auch immer überall Und wir sind schon einige Sachen hier gefahren Ein paar Attraktionen gibt es hier halt Wir sind durch das Horn durchs Haus gelaufen, also ein bisschen gruselig Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß Musik 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 Okay, wir sind jetzt gerade bei Target, um noch ein paar Sachen fürs Abendessen zu kaufen Und waren gerade bei Starbucks Und genau Musik 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 So, heute Nacht hat es geregnet, da mussten wir auf einmal alle schnell reinrennen. Wir sind in den einen Trailer, den wir haben, also es ist kein Wohnwagen, aber ein großer Anhänger einfach, wo es drin warm ist und trocken vor allem. Dann haben wir die Matarzen alle erstmal da reingeräumt und das ganze Zeug aus unserem Zelt raus, weil das nämlich kein Dach hat. Also es ist hier nur so ein Netz, das heißt wir sind nass geworden. Jetzt gerade sind wir dabei, das Zelt ein bisschen zu trocknen hier und dann zusammen zu packen. Und dann geht es auch schon gleich wieder auf dem Weg Richtung nach Hause. Wir haben jetzt Sonntag so gegen 10 Uhr morgens, genau. Ich glaube, es ist schnelles Frühstück, einfach wieder Muffins. Mal gucken, wie das jetzt alles so läuft. So, jetzt ist hier auf jeden Fall alles komplett aufgeräumt. Ein Auto ist jetzt auch schon weggefahren, wo die meisten drin waren. Ich fahre jetzt gleich auf meinem zweiten Auto noch mit. Und ja, genau, dann war es das auch schon mit unserem Wochenende hier. So, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder zu Hause. Ich war gerade schon heiß duschen, weil heute ja so ein super verregneter Tag war. Also viel gemacht haben wir heute nicht. Wir haben einfach in Ruhe alles zusammengepackt und uns einfach unterhalten und Spaß zusammen gehabt. Und sind dann nach Hause gefahren, wo es auch eigentlich die ganze Zeit nur durchgeregnet hat. Und genau, deshalb ist jetzt heute nicht mehr so viel passiert. Ich habe einfach meine Sachen zu Hause jetzt noch ausgepackt. Und das war es jetzt auf jeden Fall auch. Es war ein super schöner Trip. Wir hatten richtig viel Spaß zusammen. Haben uns alle noch besser kennengelernt. Und ja, viel zusammen erlebt. Und das war es jetzt auch mit dem Video, würde ich sagen. Ihr könnt auf jeden Fall gerne den Kanal hier abonnieren. Und bei den nächsten Videos auch wieder einschalten. Tschüss.